So liebe Freunde damit begrüße ich euch zu einem kleinen Minigame hier und zwar sind wir zu 6 auf PvP Online und spielen hier eine Runde BW Bobofer heißt es glaube sind alle da Alex komm hoch Thomas komm ok ok so wir gehen in Arena 2 und wir spielen Team Deathmatch Ok mich bin ich ich bin mit Trissi und mit Sensen Luli komm in mein Team du musst zum Baba Ach so ok Ok das Ziel ist einfach die anderen Leute zu töten und ihr könnt mit dem Bogen voll durchziehen und dann auf die Leute zielen nicht auf den Pfeil gucken sondern ihr macht One-Hit dann Das verwirrt mich Newtown ist voll egal im Map Ey du kleiner Juli ist eine Sucht in dem Game hat einen gemeinen Vorteil Aber er wird sterben Nein Muss ich den Bogen voll durchziehen? Voll durchziehen und dann voll auf den Spieler halten Ok Also dann fliegt der Pfeil zwar irgendwo in die Pampa aber Leu Ja ich hab schon 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 Dann bin ich im Killstree Ich glaube das Scheiße Wo kommen die Schüsse her? Ja wachs So wer sind da hinten da wurde grad jemand gekillt Das war ich Das war ich Das war ich Das war ich Hat der ich gegen den Zettel gekillt? Ne ich lebe nur Loh 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 Ja Juli ist jetzt halt noch gekommen wo ich weg muss Jetzt schon? Ne warte noch Ne warte noch Boa ey Boa nee Fünf Minuten Sagen ihm Fünf Minuten Eins Sorry Kein Problem Einfach mal telefonieren Und ich glaub Nein Meine Mutter hat angerufen Ach Gott Ey Inesio hat mich gekillt Alter Drissi Nein Nein Und ich glaub das erste Team des 3 Nee 20 Gildsgloch erreicht Nein Das geht doch gar nicht Wir hatten gestern schon viel mehr Hallo Nee Göschenweier ähm Göschenweier ähm Göschenweier ähm Göschenweier Oh mein du bist echt und sucht ihn im Spiel Ich? Nö Überhaupt nicht Alter Ich hab's noch nicht Alter Ich hab's noch nicht Angestürft Ich kann nichts mehr machen Von wem denn? Von anderen TS Ey du kleiner Camper Weißt du das eigentlich? Warum ihr camp doch hier rum Nein Nein Äh Scheiße Weil ihr habt auch schon 14 Kills ey 15 Wo sieht man das? Wo ist unser Blog? Äh mit slash bw score Äh die haben wir unser Blog Was? Was labert der? Wir spielen nicht Cap to the flag wir spielen Team Deathmatch Ach sooo Ah Geil Oh mein Gott Habe ich am Anfang gesagt Echt? Habe ich nicht zugehört Ach so alter Wanne Ach nee Inisio Okay ich muss jetzt einfach mal ganz schnell Kills machen dass die Runde zu Ende geht oder? Ja nicht du sondern wir machen Kills Ja genau Ach so Es kommt der Baba Es kommt der Baba Nee Kann ich sein Moin Leider schon Attacke Alarm 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 Trägt mir die Privatzone vor Ja Oh Gott Hey den wurde ich viel rum Tja tut mir leid Er streitet euch um mich es ist genug für alle da Hey wake up Ich will dich umbringen Das nicht net Und Thomas Wo bist du? Was? Boah du Du bist so ein Camper Ich laufe auf dich drauf zu und bin ein Camper Nein DS Geh weg DS Nein böses DS Ich spiel die gerade Wir spielen BW Mann Als Oh was schieß Warte mal kurz Warte mal kurz Warte mal kurz Weil die Umgewinnung direkt auf den Spieler zu zählen und nicht rüber zu halten Ja ist das Boah Enay ist bei uns oben im Haus Was habe ich dir angeschrieben? Stirb Juli Oh mein Gott Oh mein Gott Ja so ok da kann ich gehen Was Ja 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 ok Tschüss Ja Janis hat jetzt gewechselt die Seite Ok Jetzt werden wir das zerfickt Ja welche Genau Los Ich glaube rot liegt eh in Führung Echt? Wo steht das? Müsst ihr Warte ich guck kurz Wo kann man das sehen? Äh es steht 34 zu 92 Alter wir liegen hinten Leute wir liegen hinten Wo sieht man das? In BWs Chor In BWs Chor Eh ohne Spaß Ey Uli Sehen sie nicht rumstehen Ey sort of Was sort of Sorry Nicht du Sorry Aber warte warte wir sind in einem Team oder nicht Ja Gold sort of halt schon Nein der soll nicht reinkommen Sagt dass er nicht reinkommen soll Oh Senniglöste bist du berühmt Toll Senniglöste bleibt mal ganz kurz stehen bitte Danke Ey Uli Ah Niii Wir müssen mal einfach so öfters was ähm Also wir zwei so auf YouTube machen Stimmt Aber irgendwie viel zu wenig Ja Dreier Killstreak Juli Du bist so ein Links Ja wir brauchen noch 5 Kills Nein 4 Nein Trissi Mann Ja sorry Ja gell Es geht gar nicht dass du so stirbst Was von Wenn du noch einmal Wenn du noch einmal stirbst bringe ich dich um Nein Ja Gott Mann Trissi Ja gell Es geht gar nicht Ey man Ja ok Wir spielen jetzt in 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 Weid Ihr könnt euch noch nicht bewegen Ja echt? Was spielen wir? Wir spielen in Weid In die In die gleiche Ich bin der Zombie Glaube ich Also was muss man hier machen? Ne man wird Also einer würde jetzt zum Zombie Der hat dann Diamantschwert und Diamantrüstung Und der muss dann sozusagen die anderen ähm Killen Killen Damit die auch zum Zombie werden Und die anderen haben einen ganz normalen Bogen Und die müssen halt den abwehren 7 Minuten lang Ok Kenn ich Gut sind alle drin? Ich glaub ich kenn das auch Ja Echtes? Ja Ok Also eigentlich sollten genügend drin sein 1 Ok Oh du glücklicher du kannst wieder starten 4 3 2 1 1 Nein ich bin immer Ich will ja nichts sagen Aber ich bin der Zombie Ich weiß Steh da links unten Ach man Ich will ja nichts sagen Aber ich bin irgendwie nicht Euch in der Map Ach wie? Du stehst drüber OHHHHH Hat es schon Hat es bei euch schon begonnen? Oh wie du hochgerastet bist Also ich steh hier noch Wie? Oh das ist nicht fair Bist du in einer anderen Map? Ich glaube ja Ja Glaube ich auch Jetzt ey Oh leck mich Ey ey Hast du Neck? Hast du Neck? Hast du Neck? Wie kann ich hier rausgehen? JULI Nein JULI Mit Baby Leaf Nein Gehört in 2 Ja Ja Wir haben gewonnen Okay Schnell Okay Captain Flag Oh Arena 2 Boah weiß noch nicht Ich bin rot Jetzt sind sie Schon wieder mit Trissi und mit Senzel Es kann nicht sein Ja Dann kann ich die Babos Ja Wie krieg ich den Block von euch Warte 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 Nein Also wir müssen jetzt Auf die andere Seite kommen Da ist dann zu ne Flagge Da müssen wir den Block abbauen Und dann an unsere Flagge hinsetzen Bin ich auch Mh man ich bin ausgeteilt Oben oben rechts Ja du kannst noch glaube ich reinkommen Alter Trissi Ich bin rot Ah ne Achso sorry Ich bin Lila Merkela Das ist jetzt scheiße Ihr seid jetzt zu viert Ja ist ja wohl Ja wir gewinnen ja sowieso Das wer ist Wer schmissen Kann ich nicht Der hat mich leider getrackt Ah den kenn ich ne mit ihm hab ich halt Ich komm mit ihm Boke nicht klar Nein Juli bitte bitte Ich bin auch ganz lieb Okay Dann sind sie alle Dann sind sie schwanger Sag mal dass er bitte gehen soll Juli Genau Trissi warte 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 Bleib mal stehen bitte Trissi Ja es tut sich auch Ja ha 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 Ne ohne Spaß Ja ne es kommt Ne ich komm nicht Das bin ich nicht Das ist jemand anderes Ne Das ist Revi Ja Revi Rechts 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 Gar nicht fach Links 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 LUL Meine Frage wo ist unser Block überhaupt Hier umher Da wo sind sie lässig Ja Okay Ja da Oh der geht sie mir Trissi die falsche Richtung Nein da sind sie es Ich frage ihn gerade höflich Nein Juli bitte Nein Nein Jawohl Ja ich habe ihn gekillt Nein warum Ich habe auch ihn geschlagen Ja ich auch Ja sie hatte den ersten Hit und er Alles zweite Juli Hi Nein Jo Oh Ich habe Angst Angst nicht Hä Nein Alter Mach nicht dein Zimmer kaputt Alter Hüt mich nicht Entschuldigung Was ist los Boah ey Du guckst gerade mal so raus Nein Es trifft mich nur in letzter Sekunde Es trifft mich nur in letzter Sekunde Nein Es trifft mich nur in letzter Sekunde Da vorne steht einer Ne Hier Hier ist einer Hier ist einer Loll Ja Ja Alter Im Sprung Ja ich bin halt geil Nenn mich Gott Jawohl ich habe ihn gekillt Doch ich habe ihn gekillt Nein guck Guck mal links Der hat mich gekillt Alter dieser scheiß Mist Genau Soll sich mal Pies Hä Just Schuhen nur da Penis Ja Nenn mich einfach Gott ok Ok Gucko Nein Guck Hey Guck Ey das ist mies ich muss ähm Ich wollte Mistner grad kicken Aber kann ich leider nicht Ey das gibt's nicht Ohne Spass Ja Der Vibrator grad vibriert Loll Ja Ja das waren Boah ich neiße ohne Witz Du kleiner Homo Nein 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 Sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen Da ist Trissi da ist Trissi da ist Trissi Alter ein Feuer Boah was Nein Alter Boah Juna Alter In Enesio Ach toll Der Krach Der Krach Mr. 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 Mitte Mitte ist einer Links ist auch noch einer Ich komm mit der Steuer Trissi du musst laufen Nein nein Ja Trissi Gute Trissi Eine Trissi Ey ohne Witz ey Im Sprung Ich wette es wird einfach unentschieden ausgehen Das sag ich von meiner Mama Sende lässt dass du mir einfach weh tust Gibt gar nichts Also ich steh mir vor mir dass du Hallo Ja die oben ist ein die oben sind zwei Ne das ist so fett aber fette haben nämlich auch Gefühle Nein Nein Ich bin auch noch da Ich bin auch noch da Oh mein Auge spackt Links links ist einer Jetzt weg Ja 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 Ciao Ja Du bist doch Na 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 Ja Ja holen was dann macht man tötet sie dann bitte dankeschön dankeschön wenn ich danke dir von herzlichen trotzdem danke ich dir dass du geboren bist weil ihr klemmt hier ihr klemmt hier und macht einfach gar nix rennt einfach alle rein dann kriegen wir sie schon ich lege die könnte ich alle gleich oh Trissi ich glaub einfach an einem vorbei nein sind los oh mein Auge tut gerade, mein Auge schwacht gerade ab dein Auge? ja mein Auge das ist voll angeschworen mein Bruder hat mich geschlagen Leute wir haben uns gegenseitig gekriegt ich hab dir doch gesagt du brauchst dich gar nicht mehr anlegen das ist senseless alter warum kommst du in unsere Richtung man ich würde dich auch nicht abschießen oh mein Gott Mist ne? boah Mist Mist ne ist immer noch nicht rausgegangen halten ich zieh den links ah da hab ich dich ah hab Angst vor euch die gegner tun dann immer so oder die kumpel der tut mir immer weh oben von oben ist einer Mutter das ist voll schwer wenn alle hinten sind ja ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ja nein ja Trissi gut gemacht Trissi nein ich hab's ich wusste dass du da irgendwo bist aber ich wusste nicht ne Folge wie kann's wie kann's machen Juli? ja wir haben doch auch Minuten ich bin ein Zauberer ey wo bist du? kommt kommt oh mann du bist echt ein Zauberer was bin ich? hallo bewegt mal euren Arsch hier hin was das kann ich ja nicht ja ich hab ja auch einen gekillt geil sind sie Respekt du hast etwas geschafft du kannst echt schlecht lügen weißt du das eigentlich? wer? ich hab's schweige gekillt hä? du bist echt ein Zauberer du kannst dich umdrehen wer ist mies nach 300? warte kann's sein dass Juli versucht zu uns zu kommen? kann sein warte ich ich beschütz meine Flagge ich beschütz meine Flagge das nennt man Captain von wo triffst du mich? ja aaaaaaah wie stolz ey support und davon konnte er das ich bin zu dumm zum zielen jetzt haltet alle mal die Augen offen nach Juli ich weiß nicht wer ist ich auch nicht ey wer ist mies nach? nein 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 du Lümmel oh mein Gott oh ich hab ihn mal ge- oh nein Junge muss ich mich auch noch meine Mutter verpetzen? ja ja er hat dich gekillt und so richtig dumm eigentlich also richtig dumm mit ner richtung ey der in den mieser der ist mieser oh mieter bengel ich weiß ihn nicht kannst du den nicht kicken bitte wer? ich kann den nicht kicken warum nicht? links 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 ich kann in der arena keine ähm Befehle ausführen links und rechts oh da ist Trissi nein bitte danke mann fuck nein Jannis leckt bei mir Jannis leckt bei mir ne ich lecke gar nicht ne hast recht ne hast recht warte die machen 3er rush in die Mitte ja genau das ist halt jetzt nicht so richtig unsinnig äh 2er rush rechts es gibt's nicht was? Juli hat mich getötet? ja klar jetzt kommt jetzt kommt der geilste die zwei geilsten Sätze ich bin schweb Miesma ich lege da eine Beschwerde ich hab's gesehen dass du zu uns kommst guck mal hinter dir Achtung Sensel ist es bei uns danke bitte von Poli oh mein Gott Trissi nein 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 ich glaub die kommt doch gar nicht zu uns oder? ja die kommt ne rechts gar nicht fahr ja gar nicht wahr ja mein Ohr geriert hallo äh ok Jan Schabackmann brauchst du nicht schon wieder so versuchen zu kämpfen? ja ich hab ihn gar nicht gesehen ja du steht da hinten im Eck warte ok ich hab die ganze Map im Überblick geht doch wir haben noch vier Minuten ne? ja ich weiß nein nein Austria Achtung ich es lohnt sich um hinten zu tun Mitte Nein 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 ich hab dich nicht mal gesehen wie kannst du mich dann sehen ich bin ich habe versucht sich da reinzukriegen er kommt von oben der kommt von der kommt von der kommt von der kommt von von oben ich von unten ich bleibe an der flagge und weiß wo er ist oder können wir sind jetzt zu viel glücklich nicht bloß immer noch hier rechtlichen form ich weiß ich weiß ich weiß dass es das wartet wenn es das rollkommando um brumm 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 er ist nicht mehr da also wie hast du nicht bitte deine reaktion ich habe eine gute reaktion aber echt aber nur was im video spielen ankommt in real life habe ich keinen bock drauf ist mir einfach zu tun mitte rush mitte rush nein wir kommen von oben ganz sicher ist mir egal von wo ihr kommt rechts ist das ist jannis doch schon mal die ist bei mir scheiße und der jannis nein ich bin der waber hier wir dürfen sie gar nicht töten wenn wir rushen aber er musste nur nahe nahe in der rauf nahe ich hab dich gesehen scheiße um den zentralen und ich hab dich nicht in der wunderschöße das sind es habe ich sie nicht getötet für uns wird sind wird im Chat stehen nur zwei Minuten ja wir sind Gott also hä wo ist der? ah ich weiß wo er ist lauf lauf ja schon lauf haha ich höchst alles okay das gibt's ja nicht das probier's denn sie lässt es die ganze Zeit lauf 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 ich kann man nicht ich kann man nicht pass auf pass auf bei unserer Base lauf 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 bleib hinter mir bleib hinter mir dass du nicht getroffen hast ey ohne Wiss nein Trissi Trissiere komm 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 durch Frauner nein warum ja weil Mami Achtung sie kommen alle sie kommen alle los ja 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 hey was hä du stand doch ich hab das nicht im Chat gesehen ich hab das nicht im Chat gesehen das ist keiner für die Schottländer im Ernst keiner das war ne geile Aktion das war ja richtig stark seid ihr wieder drin oh man ja ok das war's hier für diese Folge wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal tschüss 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 das war's mit auf Vielen Dank.